Öffnen Sie sich für das, was ich Ihnen zu sagen habe. Sind Sie bereit, lieber Morgen, ein Platz in der Mitte unserer Stadt? Es sind Zungen, rote und gelbe Zungen. Sie lecken am Glas, nicht nur an einem Stockwerk nach! Der deutsche Reichstag, euren Ufurtin, von diesen Stadtstellern anwesend. Du wirst Berlins gefeiertste Schauspielerin sein. Egal, ob ich scheitere oder nicht. Egal. Es wird einer an sich geben. Und davon werden wir Ihnen jeden Morgen eine Kopie zustellen. Sehr erfreut. Heil Hitler. Heil Hitler. Sie haben mir den Knopf abgerissen, Gruppenführer. Oh. Wenn ich das Wort Kultur höre, entsichere ich meine Pistole. Aber Sie... Was zum Teufel ist denn Wahrheit? Meine liebe Franziska, Wahrheit beruht auf Macht. Lass uns einfach zusammenbleiben. Alles wird gut. Es wird nicht gut. Nicht so. Herr Hitler, er ist erst mal schwunden. Ich bin... Nein. Untertitelung des ZDF, 2020